Hallo liebe Zuschauer Hier aus dem wunderschönen sonnigen Las Palmas auf Gran Canaria Wir sitzen hier jetzt relativ gestiefelt und gesporned noch im Hotelzimmer Es ist jetzt 11.30 Uhr ungefähr und wir werden jetzt gleich hier auschecken Bis 12 Uhr müssen wir die Zimmer ja räumen Und dann werden wir uns auch den Weg zum Hafen machen, der hier nur einige hundert Meter entfernt ist Und werden auf die neue TUI Mein Schiff 1 gehen und schauen, was uns da erwartet Seid mit dabei, schaut mit, ihr werdet noch einige Bilder zu sehen kriegen Also liebe Freunde, wir sind jetzt hier am Hafen angekommen mit dem Taxi Hier steht auch schon die TUI Mein Schiff Wir werden uns jetzt gleich zum Check-In begeben Ihr habt jetzt, weil ich nicht das auch noch filmen konnte Die tolle Show hier verpasst, wie wir hier gebastelt haben mit den Kofferanhängern Die wir natürlich auch noch rauskramen mussten Aber jetzt haben wir alles hier gelöst Gepäckstücke sind gelabelt und jetzt kann es dann losgehen zum Check-In Hier nochmal ein Blick aufs Schiff Und dann sehen wir uns später wieder Und schon seht ihr uns hier auf der Mein Schiff 1 sitzen in der TUI Bar Mit einer sensationellen Check-In-Zeit von rund 15 Minuten Das ging hier wirklich, obwohl relativ viel Betrieb war Extremst schnell, haben wir es so selten erlebt Wir werden jetzt gleich unseren ersten Drink hier genießen Und schauen, was uns der Tag noch so bringt Wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt um kurz vor 15 Uhr Sogar etwas früher als geplant die Kabinen beziehen können Wir sind jetzt gerade in Norberts Kabine Ich denke mal, meine wird ungefähr gleich aussehen Ja, wir haben schon eine Kleinigkeit zu Mittag gegessen Norbert hatte einen Salat mit Balsamico-Dressing Und Pangasius-Filet mit einer Meerrettich-Soße und Kartoffelspalten War gut dein Essen? Ja Ihm hat es geschmeckt Und ich hatte Melone mit Schinken War auch sehr lecker, sehr gut Eine schöne kleine Portion, so als Appetitanreger, ideal Dann hatte ich ein Kotelett mit einer Gorgonzola-Soße Und Nudeln Und gegrillten Tomaten Kotelett war vom Fleisch her zum Teil Ein bisschen stark durchwachsen Hätte etwas magerer sein können Und ja, wenn wir es jetzt italienisch nehmen Hätte ich gesagt, die Nudeln hätte der Italiener einem vor den Kopf geworfen Die waren halt sehr stark durch Aber es ist halt ein deutsches Schiff hier Eierlikör-Soße Das sah auch sehr gut aus Und ja, da haben wir wirklich lecker gegessen Service war top Und dann haben wir uns noch so ein kleines bisschen umgeguckt Hier auf dem Schiff Ja, und dann war es auch schon so weit Dass wir jetzt hier auf die Kabinen konnten Und schwenken wir einmal hier so rund Für Innenkabinen wirklich große Kabinen Also hier stehe ich jetzt an der Eingangstür Und man hat halt wirklich hier rechts Eine große Ablagefläche Einen großen Tisch mit Sitzmöglichkeiten Bett Reichlich Stauraum Auch über dem Bett nochmal mit Kästen Großer Fernseher Der sich hier auch so drehen lässt Zum Bett hin Hier haben wir dann Stauraum Einmal hier als Schrank Und einmal hier auf der Seite Neben dem Badezimmer Da haben wir hier dann mit so Staukörben drin Und dem Safe Bademäntel und Badeschuhe Sind bei TUI auch standardmäßig auf den Kabinen Was ich persönlich sehr schön finde Bei anderen Reedereien Muss man da häufig hinterher laufen Um sowas zu kriegen Oder es ist gar nicht verfügbar Das finde ich hier schon sehr gut Ob schon ich in der Regel Meine eigenen Badeschuhe mitbringe Weil wenn man von der Kabine aus Damit zum Pool oder in die Sauna gehen will Dann sind so Mehrweg-Badeschuhe Doch ein bisschen stabiler Und ein bisschen komfortabler zum Gehen Aber trotzdem eine nette Geste Wer es also nur ab und zu mal benutzt Der braucht das im Koffer nicht mitnehmen Insbesondere bei längeren Touren Ist das ja auch immer ein Thema Was passt überhaupt in den Koffer Welche Gewichte kann ich mitnehmen Bei einer einwöchigen Tour Ist das alles noch unproblematisch Wenn wir jetzt bei einer 14-Tage-Tour sind Dann kann das mit 20 Kilo Gepäck Schon schwieriger werden Ja hier noch ein Blick ins Badezimmer Auch das sehr schön aufgeräumt Hier mit Stauraum unterhalb des Waschbeckens Waschbecken und auch hier mit Mit kleinen Amenities Die Tui hier zugibt Seife gibt es hier auf so einem Pumpspender Das ist natürlich wenn man an die Umwelt denkt Eine vernünftige Sache Gegenüber jetzt kleinen Seifenstücken Oder kleinen Fläschchen Ebenso hier beim Duschbad und Shampoo Hier in der Dusche Das ist natürlich vernünftig gemacht Hier haben wir dann die Handtücher Also hier auch alles Auch alles wirklich sauber gepflegt In einem tollen Zustand Ja die Nespresso Maschine Ist es jetzt ja glaube ich nicht mehr Man Tui hat ja hier das Kontrakt wohl geändert Zu einer anderen Firma Da haben wir hier diese Kapsel Kaffeemaschine Ja hier habe ich jetzt meine Meine Kamera Equipment vorgelegt Das war ich jetzt Der hier das optische Bild trübt Hier gibt es dann halt Pro Person und Tag So eine Kaffeekapsel Inklusive Die Kaffeespezialitäten Hier aus der Schatulle Die sind kostenpflichtig Ebenso das Mineralwasser Auf der Kabine Alternativ kann man sich aber Irgendwo wenn es die noch gibt Die werde ich nachher mal suchen An den Wasserspendern In den Fluren Konnte man immer hier diese Karaffen füllen Und dazu gibt es dann hier Diese Mineralisierungssteine Von Tui immer auf den Kabinen Die man sich in diese Karaffe schütten kann Und damit sein Wasser Mit zusätzlichen Mineralien versehen kann Das soll dann etwas gesünder und fitter halten Ja Dann sind wir hier im Wesentlichen auch durch Auch interessant hier wirklich bei den Nachtschränkchen Wir haben hier also wirklich große Nachttische mit drei Schubladen drin Da kann man also wirklich auch einiges drin verstauen Da mangelt es also nicht an Stauraum in den Kabinen Und an Platz auch nicht Jetzt habt ihr den ersten Eindruck Wie es hier so ausschaut Und wir schauen uns jetzt gleich auch nochmal Wenn wir hier so die ersten Sachen Also Norberts Gepäck ist schon hier Ich werde gleich mal an meiner Kabine schauen Ob da auch schon alles da ist Und dann werden wir uns hier mal so kurz ein bisschen einleben Und frisch machen Zwei Hände Wasser ins Gesicht werfen Und dann schauen wir später mal Was es hier sonst noch zu sehen gibt Am Abend um 21.15 Uhr Wartet die Rettungsübung auf uns sehr spät Weil wirklich bis abends hier noch Gäste anreisen Hier noch etliche Flüge ankommen Und wir bis 22.30 Uhr hier auch Liegezeit haben Und um 21.15 Uhr plus minus so um den Dreh rum Soll dann hier die Rettungsübung stattfinden Und danach Also wir werden wohl vorher essen Weil danach essen wird wohl schwierig werden Außer am Tag und Nacht Bistro Und danach kann man dann hier in die freie Abendgestaltung starten Ja wenn es noch was zu sehen gibt im Laufe des Tages Dann werde ich es euch zeigen Ansonsten werdet ihr sicher von dieser Reise noch das ein oder andere Video zu sehen bekommen Ein schnelles und kurzes Wiedersehen mit euch Ich habe jetzt natürlich etwas andere Bilder hier hängen Im Gegensatz zu manchen anderen Schiffen hat also nicht jede Kabine die exakt gleiche Deko Die werden sich zwar sicher das ein oder andere Mal wiederholen auf so einem Schiff in der Größe Aber ansonsten ist hier alles drin Ja ansonsten ist die Kabine von der Ausstattung her genau gleich Hier hatten wir das Stand bei Norbert auch schon Von unserem Reisebüro mit dem wir hier gebucht haben Noch einen Gruß und einen kleinen Bonus Ein kleines Wortguthaben erhalten So ich habe jetzt hier Einen Brief zusätzlich bekommen Wie man sehen kann Da werde ich nachher mal reingucken Und euch sagen was da so drin steht später Und zwar Ja es steht hier Steht hier drauf Duri Club oder sowas Wohlfühl Club Also ein richtiger Club ist es ja nicht Weil TUI hat anders als zum Beispiel MSC Costa oder einige andere Redereien Kein Bonusprogramm oder Treueprogramm Wo sich halt dann je nach Kreuzfahrtstatus oder je nachdem wie viel Umsatz man an Bord lässt Dann die Privilegien ändern Bei TUI ist es aber so unabhängig von irgendeiner Clubmitgliedschaft Bekommt man aber ab der dritten Kreuzfahrt wohl hier eben so eine Post Und wohl laut der Reisebeschreibung auch bestimmte andere Einladungen oder Benefits Was das jetzt genau ist Das weiß ich auch noch nicht Ich bin jetzt Also zum dritten Mal An Bord eines TUI Schiffes Also ist das jetzt meine erste Reise Wo ich von diesem Programm profitiere Und ja Da werde ich jetzt mal schauen was das denn ist Und werde euch darüber auf dem Laufenden halten Bis später Wim Salavin Die Uhr hat gedreht Wir haben jetzt schon 17.20 Uhr ungefähr Und ja wie ihr seht ich bin schon ein bisschen hier für den legeren Abend vorbereitet Auf dem noch die Rettungsübung wartet Ja und ich bin euch ja noch ein bisschen was schuldig Was ich euch eben gesagt habe Hier mit diesem Wohlfühlclub Umschlag Den ich hier für meine dritte Reise bekommen habe Wo ich noch nicht wusste was da drin steckt Also drin war einmal ein Anschreiben der TUI Wo man sich für meine Treue bedankt Und dann gibt es hier drin zwei Gutscheine Einmal für zwei Pralinen in der Manufaktur Die man sich dort aussuchen kann Und einmal für ein Glas Champagner Oder einen Champagner Cocktail Oder alkoholfreie Alternative Einen Orangensatz in der Diamantzah Finde ich persönlich eine sehr nette Geste Weil ich denke es kommt gar nicht so auf den materiellen Gegenwert an Sondern auf die Tatlage Dass ein Unternehmen einfach auch wahrnimmt Dass man schon regelmäßig Kunde dort war Und ja eben auch diese Dankbarkeit ein bisschen ausdrückt Und ja mit dem Champagner in der Diamant Bar Ist besonders sage ich mal schön Weil in der Diamant Bar sind grundsätzlich ja alle Dinge kostenpflichtig Da gilt das Premium All Inclusive Konzept von TUI nicht Und da hat man natürlich jetzt einen besonderen Grund Da auch mal vorbeizuschauen Und kann da auch mal ein Momentchen sitzen Ohne dass man tief in die Tasche greifen muss Ja was wollte ich euch noch zeigen Achso einmal Zusätzlich zu eurer Kabinenkarte Die hier bei der TUI so aussieht Erhaltet ihr mit dem Umschlag An eurer Kabinentür diese Handtuchkarte TUI legt keine Poolhandtücher mehr in die Kabinen Mit der Karte kann man sich eben bei Bedarf das erste Handtuch oben am Pool holen Und dann während der Reise immer wieder gegen ein neues austauschen Ja und am Ende der Reise lässt man sein Poolhandtuch einfach in der Kabine zurück Oder wenn man kein Poolhandtuch geliehen hat Dann eben entsprechend diese Karte Damit eben klar ist, dass man auch kein Poolhandtuch mit nach Hause genommen hat Was gibt es noch? Ja dann zeige ich euch einmal noch kurz hier das Bordprogramm Also die Bordzeitung Hier gibt es immer täglich natürlich einige wechselnde Informationen Überschiff allgemein Natürlich jetzt hier am ersten Tag auch nochmal hier so eine Übersicht Mit den wichtigsten Orten an Bord Und natürlich findet ihr hier jeden Tag die Uhrzeiten Der einzelnen Veranstaltungen, der Vorführungen, der Kurse Und was hier so alles angeboten wird Verteilt nach Vormittags, Mittags und Abends Und hier hinten findet man dann auch die Öffnungszeiten aller Bars und Restaurants Zu den entsprechenden Zeiten Frühstück, Mittag, Abendessen Beziehungsweise die Bars dann durchgehen Ja und last but not least Sie ist wieder da, die Hafeninfo Die hat sich bei meiner ersten TUI-Kreuzfahrt sehr geschätzt Es gab in jedem Hafen dieses kleine Falsblatt Meist hier mit so einer Übersicht über den Liegeplatz des Schiffes Und meistens hier eben nochmal so einen kleinen Plan Wie jetzt hier über die Altstadt von Las Palmas Mit Entfernungen, mit einigen interessanten Informationen Über das entsprechende Reiseland Über den Ort, über die Stadt Ja, bei der zweiten TUI-Kreuzfahrt war diese Hafeninfo dann plötzlich nicht mehr greifbar Nicht mehr verfügbar Man hatte so damals oder ich persönlich so ein bisschen den Eindruck Dass TUI dann doch lieber ihre eigenen Shuttlebusse vermarkten wollte Und gar nicht so wahnsinnig daran interessiert mehr war Dass der Gast auf eigene Faust an Land ging Ja, ich weiß nicht warum oder wieso sie damals nicht verfügbar war Ob es nur kurzfristig war Oder vielleicht auch weil die Gäste an TUI die Rückmeldung gegeben haben Dass sie diese Info vermissen Auf jeden Fall ist sie jetzt bei dieser Fahrt wieder da Eine kleine Neuerung gibt es Ich habe mich so ein bisschen gewundert Warum TUI hier die Stadtrundfahrt Las Palmas so freundlich genennt Ja, aber der kleine Hinweis hier oben drüber der Zeit Anzeige Das heißt, hier werden jetzt mittlerweile auch andere Anbieter drin Für ihre Dienstleistungen Im Gegensatz hier diese City-Sightseeing Finde ich persönlich nicht schlecht Weil gerade City-Sightseeing als Rundfahrtanbieter ist immer sehr interessant Wenn man auf eigene Faust irgendwo an Land geht Man kann wunderschön die Umgebung erkunden Das Ganze meistens zu einem vernünftigen Preis Man kann überall wieder aussteigen und einsteigen Und hat nur noch einen schnellen Überblick über die entsprechenden Locations Ohne dass man sich immer schon ein, zwei, drei Tage Vor dem eigentlichen Ziel für den Ausflug an Bord entscheiden muss Ja, wie gesagt, da gibt es jetzt viele Informationen auch wieder Darüber hinaus gibt es hier halt so ein bisschen, hier ist jetzt so ein bisschen spanische Sprache So ein paar Wortfetzen drin erklärt Und hier ein paar Uhrzeiten über die typischen Öffnungszeiten von Geschäften, von Banken, von Behörden Und einige Infos über die wichtigsten Sehenswürdigkeiten vor Ja, schön, dass sie wieder da ist Dass sie wieder verfügbar ist Das waren soweit die Informationen jetzt an euch Die ich euch noch versprochen hatte, die ausstanden Und wir gehen jetzt mal schauen, was Denn noch so geboten ist das hier an Bord Das war ganz wichtigwillig, bis schüttbar ist das hier an Untertitelung des ZDF, 2020